Halte dein Foto so einfach, wie es geht. Gerade für Anfänger ist dieser Tipp besonders geeignet. Wenn du Fotos machst, versuch so wenig wie möglich in dein Foto zu bringen. Fotografiere nur ein Objekt, schau, dass das gut dargestellt ist und halte das Foto so einfach wie möglich. So hast du die Garantie, dass du auch viele schöne Bilder auch als Anfänger mit nach Hause bringst. Bis zum nächsten Mal.